Martin Semmelrogge ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben berufliche Karriere Martin Semmelrogge ist der ältere Sohn des Schauspielers und Regisseurs Willi Semmelrogge. Er wurde im Ortsteil Eckwelden des heutigen Bad Boll geboren und besuchte eine Waldorfschule. 1961 wurde sein jüngerer Bruder Joachim Bernhard Semmelrogge geboren, der später unter dem Pseudonym Joachim Bernhard als Schauspieler auftrat. Inspiriert durch seinen Vater, arbeitete Martin Semmelrogge bereits mit zwölf Jahren beim Bayerischen Rundfunk als Hörspielsprecher. Seine eigentliche Karriere als Schauspieler begann er mit 16 Jahren als Darsteller eines jugendlichen Vatermörders in der Fernsehserie Der Kommissar. Später übernahm er Fernsehrollen in Tadellöser und Wolf, Der Pauernsbande und Die Straßen von Berlin. Sehr häufig spielte er bereits in jungen Jahren Rollen in den »Klassischen«, Krimiserien wie Derrick, Tartort, Der Alte und Ein Fall für zwei, zumeist zwielichtige Personen oder jugendliche Kriminelle. Auch in der heute noch populären Kinderfilmproduktion Die Vorstadtkrokodile mimte er den kriminellen älteren Bruder. Der Durchbruch gelang ihm 1981 mit einem der weltweit erfolgreichsten deutschen Filme das Boot als Darsteller des spitzbübischen 2. Wachoffiziers. 1993 folgte die Rolle des Willi Riesenhuber, eines SS-Offiziers, in Steven Spielbergs Schindlers Liste. Des Weiteren spielte Semmelrogge in den 1980er Jahren in einzelnen Episoden von bekannten deutschen Fernsehserien mit wie Der Fahnder, Praxis Bülowbogen, Liebling Kreuzberg und Mehrfach im Großstadtrevier. In den 1990er Jahren setzte er seine Seriendreharbeiten fort bei Die Männer vom K3, Freunde fürs Leben, Anna Maria, Eine Frau geht ihren Weg, Küstenwache und in mehreren Episoden von Die Straßen von Berlin. In der Tatort-Folge, Bienzle und der Champion, spielte er den Kneipje Jacko Reavers. Die Serienauftritte ziehen sich auch weiter fort in den 2000er Jahren mit Episoden bei Schischka, Soko verschiedener Städte, die Rosenheim-Cops und auch bei Pfarrer Braun. Spielfilmrollen bekam er 2002 in dem Film Geliebte Diebin, wo er einen Ober im Gourmet-Restaurant spielte, 2004 in Agnes und seine Brüder als Manni Monito. 2007 war er in Neues vom Wichser als Der scharfe Eddie zu sehen. 2009 spielte er in der Neufassung von Die Vorstadt Krokodile den Besitzer eines Minigolfplatzes. Seit 2008 ist Semmelrogge auch auf Theaterbühnen präsent. So spielte er im Sommertheater am Hausruck in Wolfsegg im Franz-Obelstück Zipf über das gleichnamige Mauthausen-KZ-Nebenlager Redezipf einen Nazi. Weiterhin ist Semmelrogge für die Vertonung der Autobiografie des englischen Musikers Lemmy Kilmister zuständig, die im selben Jahr als Hörbuch erschien. In der Neuinszenierung der Rocky-Horrorshow im Berliner Admiralspalast war er im Herbst 2008 als deutscher Erzähler des ansonsten englischsprachigen Musicals zu sehen. Im Sommer 2009 spielte er den Colonel Brinkley bei den Kalmay-Spielen in Bad Segeberg. Im Sommer 2010 übernahm Semmelrogge beim Piratenoppener in Grevesmühlen die Rolle des Israel-Henz für den erkrankten Benjamin Kernen. Nach diesem Erfolg stand er dort auch im Sommer 2011 wieder auf der Bühne, diesmal aber in der Rolle des legendären Piraten Sir Stede Bonnet. Die gleiche Rolle übernahm er auch in der Spielzeit 2012. Zuletzt war er im kleinen Theater in Bonnbad-Godesberg zu sehen. Bis Dezember 2013 spielte er dort mit seinem Sohn in die toten Augen von London. Vom 13. bis 27. September 2013 war er Teilnehmer in der Reality-Show Promi Big Brother von Sat. 1 und erreichte dort den 5. Platz. Im Sommer 2014 trat Semmelrogge in 58 Aufführungen als Gangsterboss Weller in Untergeiern bei den Kalmay-Festspielen in Elspe auf. Im Sommer 2017 war er zusammen mit seiner Ehefrau Sonja Semmelrogge Teilnehmer in der Reality-Show Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promi-Paare von RTL und schied bereits in der ersten Folge aus. Privatleben Semmelrogge war von 1985 bis 1991 mit Susanne Semmelrogge und von 1999 bis zu deren Tod 2018 mit der Regisseurin und Künstleragentin Sonja Semmelrogge verheiratet. Monate zuvor hatten sie sich getrennt. Er wohnte mit ihr unter anderem in Ventura, Mallorca und Boltenhagen. Martin Semmelrogges Kinder, die Schauspieler Dustin Semmelrogge und Joanna Semmelrogge, stammen aus Beziehungen vor und zwischen den Ehen. 13. Seit den 1980er Jahren stand Semmelrogge wiederholt vor Gericht und wurde zu mehreren Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt. Überwiegend wegen Verkehrsdelikten wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber auch wegen Ladendiebstahls und Drogenbesitzes. Zeitweise befand er sich auch als Freigänger in Strafhaft. Wegen Überschuldung wurde Mitte Dezember 2014 gegen Martin Semmelrogge ein Insolvenzverfahren eröffnet.